Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen bei Mission 2.5 der Wikinger Kampagne. In dieser langen Mission zeigen wir euch jetzt alle zerbrechlichen Objekte und Beobachtungspunkte. Den ersten Beobachtungspunkt findet ihr direkt am Start. Da hängen nämlich ein paar Leute an diesem roten Tor. Auch wenn es einladend ist, da durchzugehen, geht den linken Weg lang. Denn da findet ihr dieses kleine Wrack mit ein paar Leichen. Das sind Speertruppen der Wikinger. Die müsst ihr auf jeden Fall finden, denn das ist ein Beobachtungspunkt. Als nächstes haltet ihr euch weiter links und findet auch die ersten zerbrechlichen Sachen. Also immer wirklich am Wald lang laufen, um jetzt keine Sachen zu übersehen. Nachdem ihr die ersten Truppen besiegt habt, kommt eine kleine Sequenz und ihr richtet dann euren Blick genau auf diesen Turm, wo ihr hinlauft. Denn das ist ein weiterer Beobachtungspunkt dieser Mission. Darauf geht ihr durch das linke Tor oder bleibt kurz davor stehen, um auf diese Buddha-Statue zu gucken. Könnt ihr auch, wenn ihr durchs Tor gegangen seid, immer noch sehen. Dann schön weiter gehen, beziehungsweise auf die Mauer zulaufen, die ihr auf der rechten Seite sehen könnt. Da sind diese zerbrechlichen Gegenstände. Dann lauft ihr gegenüber des Tors in dieser Mauer ganz zum Ende hin, wo diese Wurzel ist, plus diese zerbrechlichen Gegenstände direkt daneben. Als nächstes geht ihr zu dem großen Pavillon mit den roten Säulen. Den habt ihr auch schon mal zwischendurch gesehen, wenn ihr die Missionen macht. Da sind nochmal zerbrechliche Gegenstände drin. Und ihr habt zerbrechliche Gegenstände am eigentlichen Ende der Mission, also beziehungsweise den Wechsel der beiden Missionen. Die könnt ihr nur zerstören, wenn ihr den gefangenen Wikinger erstmal schmoren lassen in seinem Käfig. Und der letzte Sichtpunkt ist in diesem Sumpf, wenn ihr am Pavillon seid, geht ihr einfach direkt zum Fluss rüber, beziehungsweise zu der Sumpfebene und könnt dann direkt darauf gucken. So, das ist jetzt der zweite Part der Mission. Dazwischen ist eine kleine La-Sequenz. Da seht ihr den ersten Beobachtungspunkt, wenn ihr den Weg hochlauft. Das ist dieser Ritter. Dann geht hier die zerstörte Mauer hoch und geht in den ersten Raum. Da seht ihr einige zerstörbaren Vasen. Danach auf der linken Seite dieses Raumes rausgehen. Denn da sind dann in der Ecke so ein paar Vasen versteckt. Die übersieht man ganz leicht. Dann zurück in den Raum und jetzt rechts rausgehen zu diesem Blumenmosaik auf dem Boden. Da seht ihr wieder ein paar Vasen zum Kaputthauen. Danach von diesen Blumen nach oben laufen den langen Treppen. Dort findet ihr nämlich diesen Eingang mit den zerstörten Wagen drin. Plus daneben weitere zerstörbare Objekte. Danach gehen wir zurück zu dem Blumenemblem und gehen rechts lang. Dort sind einige Kerker, wo wir den ersten Kerker observieren können. Danach einfach weiter geradeaus und rechts raus und wieder links. Da ist die große Statue, die wir uns angucken können, die den Kaiser von der besagten Partei zeigt. Und danach links die Treppen hoch, beziehungsweise gegenüberliegend des Blickes des Kaisers. Dort können wir in den Wald reinschauen und haben einen weiteren Beobachtungspunkt. Dann davon ausgehend wieder rechts und den Gang lang. Dort finden wir noch diese große Glocke und haben alle Beobachtungspunkte dieser Mission gefunden. Wenn wir uns von der Glocke um 180 Grad drehen, geradeaus, ganz unten im Turm, sind die letzten zerstörbaren Objekte. Danach können wir uns dann verziehen und haben wirklich in dieser langen Mission und vor allem die Mission mit den meisten Beobachtungspunkten und Objekten alles gefunden für dieses wunderschöne Drachenboot im Blumen. Ich hoffe, wir konnten wieder helfen und bis zum nächsten Mal. Euer Gamesplanet.com Team Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.